Willkommen beim Wollplatz. Wir häkeln jetzt die festen Maschen. Zum Häkeln von festen Maschen benötigen wir eine Luftmaschenkette. Die festen Maschen sind dann die erste Reihe auf einer Luftmaschenkette. Wir fangen an mit einer Luftmaschenkette. Wir schlagen die erste Luftmasche über und fangen an in der zweiten Luftmasche. Stechen mit der Nadel in die Luftmasche, holen den Faden durch, schlagen noch einmal um und holen den Faden durch die beiden Schlingen. Das ist die erste feste Masche. Einstechen, Faden durchziehen, umschlagen und durch beide Schlingen ziehen. Ziehen Sie den Faden nicht zu fest an, dadurch machen sich die Sache etwas zu schwierig. Einstechen, durchziehen, einstechen und durchziehen. Noch einmal den Faden um die Nadel schlagen und durch beide Schlingen ziehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Häkeln. Häkeln Sie sich etwas Hübsches. Auf YouTube finden Sie noch mehr Filme von uns. Sie können auch ein Abonnement nehmen für unsere Newsletter und werfen Sie auch mal einen Blick in unseren Blog.